Die Kampagne, Afrika on Eye Level, ihre Bewerbung hat uns wirklich sehr gut gefallen. Kinshasa Collection, Mode als Aufhänger, das gefällt uns sehr gut. Und das im Kongo, im Herzen der Finsternis, das ist was Neues, prima. Wir haben es geschafft, wir sind da. Los geht's. Vous tous, viens, à côté de la caméra. Nous avons pris beaucoup de temps ici. Das ist jetzt echt eine Katastrophe. Was sollen wir denn machen? Wir können nicht den Trailer machen, den wir versprochen haben. Tous les Européens, c'est toujours ça le problème. C'est ça le problème. Quand vous venez, c'est pour poser votre vision du monde sur nous. Non, mais parfois, il faut savoir s'adapter. Wir können nicht den Trailer machen, den wir versprochen haben. Wir können nicht den Trailer machen. Ich glaube, ich habe etwas, was euch interessiert. Und das bedeutet, was? Aber er hat eine Proposition. Es ist besser jetzt zu gehen und versuchen zu sehen, was er uns vorstellt. Es muss sich weitergehen, oder? Es ist möglich, jetzt zu gehen. Ich weiß nicht, was Sie uns vorstellt, aber wir gehen. Wir gehen, wir gehen. Wir müssen weitergehen. Ein Moment, wir gehen, oder? Ja, wir gehen. Wie schnell. Bevor die jetzt abhauen und ihre Meinung ändern. ... ... ... ... ... ... Ich akzeptiere das. Jana, Achtung, hier sind Schienen. Und hier kommt jetzt ein kleiner Kandal. Achtung! Juhu! Juhu, ich geh mal! Ja, ich geh mal, ich geh mal! Juhu! 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 Ich geh mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles was ihr wollt, wir haben einen Kepi. Aber da sind wir, die wir mit den Designern entscheiden können. Wir machen eine Kombination von verschiedenen Elementen, die von verschiedenen Marken ausbreiten. Wir sind da, um sich zu verabschieden. Jana, sag doch mal, wie findest du das? Oh, Entschuldigung, Lydia. Das finde ich sehr gut. Noch besser finde ich das andere. Ja, aber der Stil von dir. Super, super, super. Also mir gefällt das jetzt irgendwie ziemlich gut. Ja, das ist nicht ... Das ist doch super. Ich sehe, dass es euch ein bisschen gefällt. Ja, ja, ja. Absolut, das ist interessant. Absolut, interessant. Interessant? Ja, du machst schöne Sachen. Ja, 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 ja. Ich sehe, dass ihr euch interessiert habt. Ich werde mir noch ein paar Minuten geben. Ich darf es zu sagen, Frau Lydia. D'accord. Endlich mal so etwas, wo wir das Gefühl haben. Ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich gehe das zusammen. Ja, ja. Ja. Jo. Ich denke, dass es sehr wichtig wird, dass wir sie finden. Oh, wie? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jo, das ist deine Frau? Ja, das ist meine Frau. Das ist eine Spiefe. Sie ist wie mein Vater. Sie ist niemals dort. Sie ist ohne die Griffe. Sie lieben die Marke. Ich bin nicht wie Daniel und Liddy. Ich habe eine Boutique Ambulanz. Sie gehen, Mama. Wenn ich rauskomme, dann bin ich sehr styliert. Ich kombiniere mich. Ich habe mein Stil. Das ist mein Stil. Das ist mein Stil. Wenn ich rauskomme, dann sind die Leute mich fragen. Die Leute mich fragen. Die Leute mich begrüßen. Die Leute wollen sich textuell wie ich mich hab. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist ein Klee. Es ist ein Klee. Es ist ein Klee. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. und andere Kunden, die ich mit Kontakt zu senden, ich schreibe mir Bilder und Propositions. Das funktioniert so. Du hast du mein Instagram? Ja, ich habe 3057 Kollegen. Ich habe 3057 Kollegen. Es gibt Leute, die sich mit einem Kunden vertreten. Ja, natürlich. Das ist wirklich? Alles, Yves. Janna, hast du dieses fantastische Businessmodell, also ich bin hin und weg, muss ich sagen. Aber ich finde es ist ähnlich wie ein Modeblogger, bloß dass man es noch auf der Straße trägt. Auf der Straße, unverkauft und dann zu den Kunden. Also das finde ich schon noch eine Nummer moderner, virtueller. Und vor allem, der setzt wirklich die Trends in seinen Kombinationen, was ausschlaggebend sind. Es ist sehr viel Spaß. Wir warten, Herr Cédric. Ja, wir warten. Danke. A plus tard, Cédric. Vielen Dank. 1, 2, 1, 2. So, ich bin jetzt hier beim Echangeur, ein riesen Klopper mitten in der Stadt und ich mache Testbilder für den Trailer, der jetzt ja hoffentlich bald mal kommt. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Das ist, als wäre da ein riesiges Monument, aber total ausgestorben hier. Da läuft eine Autobahn quasi ins Nichts. Werde ich nachher auch nochmal aufnehmen. Genau, also die erste Bilanz ist auf jeden Fall recht interessant, sage ich mal, durchwachsen. So viel zum Hochladen komme ich leider nicht, wie ich es mir gewünscht hätte, aber liegt auch ein bisschen an der Internetverbindung. Es gab auch schon Stress, aber ja, wundert mich auch gar nicht so. Ich weiß nicht, haben sich eventuell Pascal und Dorothee auch etwas leichter vorgestellt. Ich glaube, hier wird es ganz cool und jetzt nachher muss man sich dann vorstellen, dass hier Models stehen. So. Das wird. Hey! Hallo! 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 Einmal, ein paar Minuten. Wir sind währenddessen. Was wird denn das jetzt? Wahrscheinlich müssen wir hier den Neckos machen. Ich bin mir mal gespannt. Ich bin sehr gut, und ich hoffe, dass das auch gut geht. Ich und meine Team haben wirklich gearbeitet, auf eine liste der Dinge, die ihr braucht. Wir haben die Möglichkeit geschrieben, die die Taille und die Dimension. Und ich denke, dass es sehr klar ist, dass es das, was ihr braucht. Aber die einzige Unterschied ist, ist, dass es hier Dinge, die man gut finden muss. Und Sie finden sie nicht in Kinshasa. Und Sie finden sie in China. Eine sehr gute Idee, aber ich weiß nicht, was wir machen mit dieser Liste? Wir haben alles vorbereitet, weil wir hier nicht brauchen, in China gibt es. Ihr müsst ihr in China. Ihr müsst ihr in China. Jo, das ist... China! Jo, das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht eine blague, das ist wahr. Wir müssen uns in China, denn wir haben einen kurzen Zeit. Und ich habe alles organisiert. Ein Partner ist da, Antoni, Muzui Aka Golden Boy. Das ist derjenige, der wird euch helfen. Ich glaube nicht, oder? Nein, das ist das. Das ist das, das ist das. Golden Boy. Das ist das, Herr. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das ist das. Das ist das, das ist das, das ist das. Das ist das, Es gibt wirklich jemanden, in der Mode, den Tichy. Wir wollen das Kinshasa wiederholfen. Aber der Tichy ist es dort. Es kommt von Nguanzu, weil er wohnt in Nguanzu. Das ist unglaublich. Wir sind hier, in Kinshasa, für ein Turnage, für einen kleinen Trailer. Und Sie uns sagen, es ist voll. Es ist wirklich voll, Tchopa. S'il te plait, das ist nicht ein Plan serieus. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin in Cédric und alles. Wenn man die Kinshasa, wenn man die Kinshasa, wenn man die Kinshasa, wenn man die Kinshasa, wenn man alles, für die Trailer funktioniert und funktioniert, dann muss man diese Plan. Und diese Kinshasa sind wichtig für Sie? Ja, wir können sie bekommen. Es gibt keine Probleme. Aber das ist eine wahnsinnige Idee. Es ist eine wahnsinnige Idee. Es ist nicht möglich für uns, zu gehen in China. Ja, es ist möglich für Sie. Es ist möglich. Es ist möglich, es ist eine gute Lösung. Es ist möglich, denn es gibt die Materialien, die wir hier nicht finden, also müssen wir in China. Es ist möglich, denn es gibt eine ganze Menge von Materien, Textilien und Couleurs. Also müssen wir in China machen. Wenn ihr in die Kinshasa, machen wir die Kinshasa, dann sehen wir, dass es die beste Lösung ist, für die Trailer zu machen. Das wird Ihnen weniger wert. Also machen wir die Kinshasa, damit werden Sie mit Ihrer Entscheidung und ich werde ihnen sagen. Okay? Okay. Ich glaube, das kann selbst nicht ausrechnen, dass das ein völliger Quatsch ist. Also ich... Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ja, jetzt ich alleine im Garten. Die beiden sitzen schon seit Stunden, kann man sagen, auf der Terrasse. Es gibt ja jetzt hier die neue China-Diskussion. Weiß ich auch nicht. Irgendwie wieder was ganz Neues, aber dazu werde ich eher nicht befragt gerade. Ich glaube, ich werde jetzt auch gleich mal nochmal hingehen und mal meine Meinung kundtun. Wenn wir hier noch so irgendwie 10-Tage-Schnitt jetzt anberauben, dann könnte das hinkommen. Aber das müssen wir noch mal gucken. Ja. So, Leute, wie sieht's aus? Hm. Naja, wir sind... Das klingt zwar verrückt. Erstaunlicherweise zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Wahnsinnsplan von diesem Cedric eine gute Idee ist. Ernsthaft? Ja. Eine gute Idee nicht unbedingt, aber... Also, wir hatten es uns natürlich einfacher vorgestellt, aber... Wir haben es durchgerechnet. Du hast ja mitgekriegt, wir haben die ganze Zeit mit Chopa telefoniert. Hin und her und hin und her. Dorothee wird nach Guanzo fliegen. Ich werde in der Zeit alles vorbereiten, dass es danach richtig flott geht. So, wie wenn die Klamotten wieder hier sind. Genau. Weil das braucht ja auch... Also, bis wir das alles gefunden haben und so, das... das dauert ja eine Weile. Und was mache ich? Na ja, du wartest. Hier, dass Dorothee zurückkommt. Du kannst gerne zu den Bonobos fahren, du kannst alles Mögliche machen. Also, wir haben das jetzt mal so... Boah, nee. Wie? Nee, darauf habe ich echt keinen Bock. Wie, was meinst du? Ja, ich warte doch jetzt nicht hier allein. Also, oder während Pascal da diese Vorbereitung macht. Aber wir können dich nicht nach Hause schicken in der Zeit. Das ist auch nicht drin. Naja, doch, dann fliege ich nach Hause eher. Nee. Ich warte doch jetzt hier nicht allein. Also... Also, ganz ehrlich, Jana, wir haben jetzt gerade mal... Es tut mir leid, dass das passiert ist, aber wir haben dich gerade mal wieder vergessen. Das tut mir leid. Das Ding wäre ja auch, wenn ich mitfahre, wäre das ja auch voll cool für das, was ich hier mache. Das vergesst ihr halt immer. Stimmt. Da hat sie recht. Aber... Also, ich habe immer das Gefühl, ihr nehmt das überhaupt nicht ernst, was ich mache. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie zum Spaß drehe oder so. Wir nehmen das schon ernst. Aber so irgendwie, das ist eine Sache, so irgendwie auch das Budget. Das gibt das nicht her. Ne? Habt ihr es denn durchgerechnet, ob sich das nicht eher rentieren würde, wenn mit dem Access Baggage? Oder wie läuft das? Ja, das war in der Tat ein bisschen knapp bemessen, das, was wir haben. Also... Okay, Jana, vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Du kommst mit. Exzessuale Sachen habe ich gar nicht gedacht. Im Moment. Doch, wir haben das einmal für meine Sachen durchkalkuliert. Ja, aber so... Zweimal 23 Kilo und so. Und dann könnte Benjana mitkommen. Ist vielleicht der Preis für ihr Ticket und... Ja. Wir werden das durchrechnen, okay? Wir werden das durchrechnen, okay? Wir werden das durchrechnen. Ja, aber echt... Also ganz ernsthaft, hier bleiben habe ich wirklich keinen Bock. Sie sind ja sehr... Ja. In der Stadtmöglichen. Wir arbeiten mit Pablo. Na Videos – Scher télesch shaket. In der Stadtmöglichen. a l'étranger avec vos bagages nous avons 3 astuces a vous montrer pour mieux préparer votre voyage primo c'est de classer vos vêtements le plus cher en dessous de votre valise de classer comme le vert chaché vous le placez en dessous de votre valise et n'oubliez surtout pas de foisser un peu vos vêtements pour distraire ou pour ne pas donner l'impression aux douanaires que ce sont de vêtements coûteux ou cher vous prenez le vêtement coûteux ou de marque vous fassez un peu parce que ce sont des vêtements neufs mais arrivé à la maison vous pouvez repasser et remettre nouveau vous mettez ça en dessous vous prenez des bijoux importants et vous mettez là n'oubliez surtout pas vos sacs de toilettes vous allez mettre là ensuite un cadeau pour un petit frère un cadeau pour un ami un cadeau pour qui que ce soit très important ne mettez pas au dessus mais mélangez-les avec vos vêtements importants comme par exemple je mets ça en dessous de vêtements je mélange et prenez vos vêtements un peu usés vous mettez là au dessus pour un peu distraire ou mettre de confusion au douanier ensuite vous achetez en chile vu en chile au monde entier vous cherchez le vêtement c'est moins cher on appelle ça sucré ou quelque chose pour le douanier là vous aurez moins de complications je vous assure ça sera simple votre passage sera favorable vous mettez ça au dessus vous mettez ça au dessus vous prenez tout ça ce qui est usé vous ne portez pas trop vous mettez là et là vous prenez le sucré pour le douanier vous mettez au dessus je vous rassure moi votre ami que vous n'aurez pas de problème avec ça ensuite vous prenez la valise vous fermez là je vous assure et confiance en moi aucun problème au douanier ils seront très content et à la prochaine vont t'accueillir comme une reine ou comme un roi je vous remercie c'est ça la première astuce pour vous aider avec vos affaires ou vos voyages à l'étranger c'est Marie merci c'est pas je vais vous vous protéger pascal peux tu le prendre c'est que le 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 c'est qu'il c'est qu'il c'est qu'il c'est qu'il nous a m'obté ça vous a m'obté c'est qu'il c'est que le c'est qu'il Bis zum nächsten Mal.